Willkommen zu diesem 3D-Dschungel Houdini Crashkurs. In diesem kleinen Crashkurs möchte ich einen Überblick über Houdini geben. Ich fange an, die Benutzeroberfläche etwas zu erklären, gehe dann auf die einzelnen Editoren ein, so auf die üblichen Sachen wie zum Beispiel das Navigieren und auf die Objekte. Und wir werden dann eine kleine Szene modellieren, werden diese texturieren, ausleuchten und eine kleine Kamerafahrt animieren und das Ganze dann auch ändern. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Oberfläche ein. Also was wir hier als erstes sehen, ist das 3D-Fenster, der Viewport. Hier befindet sich unsere Szene, hier haben wir ganz normal unsere Objekte. Das ist gleich wie in einem anderen 3D-Programm. Wir haben hier an der Seite verschiedene Buttons, zum Beispiel zum Auswählen oder dieser Button hier zum Bewegen der Objekte, zum Rotieren. Und hier ist diese Kamera eingestellt. Wenn diese Kamera eingestellt ist, kann ich jetzt ganz normal in diesen Viewport hier navigieren. Das heißt, ich kann mit der linken Maustaste rotieren. Mit der mittleren Maustaste, das Mausrad gedrückt, kann ich hier diese Panning-Funktion ausführen, also den Bildschirm bewegen. Und mit dem Mausrad kann ich rein und raus scrollen. Mit der rechten Maustaste kann ich hier noch in feineren Stufen rein und raus fahren. Dann haben wir hier diese Leiste an der Seite. Das sind verschiedene Display-Optionen. Hier kann ich zum Beispiel die Ansicht oder die Kamera festsetzen oder hier mir die Flächen von, also die Nummern von Flächen von Objekten anzeigen und inzwischen verschiedene Sachen. Ja, hier kann ich die Perspektive umschalten, zum Beispiel auf Top View oder Front und so weiter. Diese Ansichten, die kann ich auch mit den Tasten Space und 1, Space und 2, 3 und 4 einstellen. Das heißt, wenn ich auf Space und 1 gehe, habe ich die perspektivische Ansicht, Space und, also die Leertaste und 2 wäre dann die Top-Ansicht. Nochmal die Leertaste und 2 wäre dann von unten. Und die Leertaste und 3 wäre dann die Ansicht von vorn und entsprechend von hinten, wenn ich das nochmal drücke und dann die Leertaste und die 4, dann rechts und links. Aber ich drücke jetzt nochmal die Leertaste und die 1 für unsere perspektivische Ansicht. Dann habe ich hier an dieser Stelle verschiedene Voreinstellungen, dieser Single View, also ein Bildschirm. Und kann jetzt hier auf 4 Views schalten. Dann habe ich hier 4 Bildschirme mit den ganzen Standardansichten. Dann hier gibt es verschiedene andere, zum Beispiel 4, also 3 hier an der Seite und eine hier. Gut, das schalte ich mal wieder zurück. Also das sind die Ansichten, die ganzen Standardansichten und View-Layouts. Da habe ich hier den Network-Editor. Also hier befinden sich am Ende meine Nodes drin. Wenn ich hier zum Beispiel ein Objekt hinzufüge, dann befindet sich das hier drin repräsentiert als Node. Und in diesem Parameter-Editor habe ich dann die Einstellung für die Nodes. Also hier kann ich zum Beispiel die Skalierung oder die Position verändern. Ich schläge den Würfel mal mit in der Entferntaste. Dann haben wir oben das Shelf-Tool. Hier sind diese ganzen Tabs für zum Beispiel Create, die ganzen Objekte, die man hinzufügen kann. Oder hier zum Beispiel bei Polygon die verschiedene Modeling-Optionen. Und dann hier nochmal Tabs, wo ich zum Beispiel Lichter hinzufügen kann. Oder Partikel. Oder was wir schon in einem Video mal gesehen haben. Hier haben wir hier die Pyro-Effekte, also Feuer, Explosion, Rauch. Ja, hier ist ein ganz normales Pfeil-Menü, wo ich speichern kann. Und so verschiedene Einstellungen. Copy, Paste, die Preferences und so weiter. Und zu guter Letzt haben wir unten noch die Timeline mit den Playback-Optionen. Also Start und Stop. Das ist dann für die Animation. Hier kann ich noch die Framerate einstellen. Das kann ich jetzt von 240 beispielsweise auf 250. Das verändern. Und dann ändert sich das hier an dementsprechend mit. Mit der linken Maustaste kann ich diesen Cursor hier hin und her bewegen. Ja, wenn ich jetzt ein Objekt in der Szene habe, zum Beispiel diesen Würfel, und ich drücke mal die Steuerungstaste und auf den Würfel mit der linken Maustaste, dann wird er direkt in der Mitte eingefügt. Und jetzt kann ich diese Option, diese Kamera, die wird jetzt zwar an, aber normalerweise ist sie jetzt aus. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr so rotieren. Ich würde jetzt meinen Würfel bewegen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, die Alt-Taste zu drücken oder die Leertaste. Das heißt, wenn ich die Alt-Taste drücke, kann ich wieder mit der linken Maustaste rotieren, mit der mittleren Maustaste das Panning und das Zoom. Und mit der rechten Maustaste dann nochmal dieses Reinfahren stufenlos. Und dasselbe mit der Leertaste. Ja, das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Im nächsten Video schauen wir uns dann dieses Widget hier an, wie wir das Ganze bewegen und rotieren können und solche Sachen. Und noch ein bisschen was zu den Objekten, die wir hier einfügen können. Also würde ich mich freuen, wenn wir uns dann in diesem Video wiedersehen können.